Peace Freunde, was geht? Herzlich Willkommen zu einem erneuten Video auf meinem Kanal. Heute kommt, so gesagt, eine neue Serie. Und zwar werden wir jetzt meinen Progress filmen. Und zwar gehe ich jetzt Wheelies üben. Ich bin mal gespannt, ob das funktioniert. Ich habe ein, zwei Mal das jetzt schon probiert. Es hat aber nie wirklich richtig geklappt. Aber ich habe immer noch nur kurz 10 Minuten oder so geübt. Wait a minute! Ich habe immer noch nur geübt. Ich werde euch jetzt aber einfach auf der Reise mitnehmen. Einfach so lang, bis ich den Wheelie irgendwann schaffe. Natürlich auch Protektoren an, Rückenprotektor, Ellenbogenschoner und meine Motorradhose. Das gilt auch für euch, wenn ihr Wheelies lernen wollt. Zieht euch unbedingt Schutzkleidung an, das ist wirklich so wichtig. Weil das kann euch da natürlich ziemlich schnell auch mal aufs Maul hauen. Wir fahren jetzt auf eine abgelegene Stelle, wo denke ich nicht so viel los ist. Da war ich auch schon die anderen letzten Male. Wenn es niemanden stört natürlich, dann lasse ich das. Aber soweit sich keiner beschwert, ist es glaube ich kein Problem. Ich habe da auch meine Grundfahraufgaben gemacht von der Fahrschule. Von dem her, ich glaube, die sind da ein paar Motorradgeräusche gewöhnt. Genau, ich würde sagen, wir fahren jetzt mal noch kurz hin und dann sehen wir uns da, wenn wir da sind. Komplett erledigt. Da ist nämlich gerade eine Fahrschule. Das heißt, an dem Sport kann ich keine Wheelies machen. Ah, scheiße man. Mal gucken, was ich jetzt mache. Auf jeden Fall gehe ich jetzt erstmal tanken, weil ich gerade schon wieder sehe, dass meine Tankanzeige leuchtet. Oh, ich habe sogar eine Maske dabei, aber ich glaube, ich gehe einfach mal mit einem Helm rein. Bin mal gespannt, ob der mich rausschickt oder nicht. Also ich habe einen Fünfer. Und ja, ich habe 9 Euro auf jeden Fall. Ich glaube, für mehr tanke ich eh nicht. Mehr passt in meinen Tank eh nicht rein. Gut, prima. Warum tue ich den jetzt gerade wieder rein? Ich brauche sie doch gleich. Dummkopf. Ja, das tue ich jetzt einfach wieder rein. Zack. Kommt da was? Jetzt kommt was. der muss mich selbst nicht an der safe entspannt sieht mal ganz entspannt aus auf jeden fall hallo die nummer sechs perfekt schönen tag noch danke easy guck genau genau passend gezahlt ich bin einfach krass so weiß gerade bestimmt wieder richtig spannend für euch und jetzt gehen wir mal weiter irgendeinen neuen spot suchen machen ich weiß nicht wo ich hin kann ich bin jetzt hier gerade an einem spot der eigentlich ganz nice ist weil hier viel fällt ist aber hier kommen halt wirklich viel 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 zu viele autos und ich könnte ja ich habe extra meine gute kamera mitgenommen dass ich die hier irgendwo hinstellen kann aber wenn ihr die ganze zeit autos angefetzt kommen dann wird es auch nichts ich habe schon noch ein paar platz abgesucht da waren aber auch leute es kann doch nicht so schwer sein ich versuche es glaube ich einfach ein zwei und dann fahre ich aber auch wieder zurück und suche mir noch mal was neues ich bin jetzt noch ein stückchen hier runter gefahren ach da laufen schon wieder leute man es gibt es noch nicht da kommt schon wieder ein auto ich dachte jetzt hier hier ist eine perfekte gerade aber ich drehe es einfach mal hier kurz um und dann versuche ich glaube ich einfach mal 12 hier gleich so wir versuchen es jetzt einfach mal kurz also 10 12 km h fahren okay ich weiß nicht ob man irgendwas sieht halt auf der gopro und muss halt immer gucken ob hinter mir was kommt ey leute startet gerade ein flugzeug what the fuck ich weiß nicht ob ihr das geht aber da ist ich weiß nicht ob man das gerade auf der kamera gesehen hat aber alter ich war richtig oha hey oha so weit so hoch habe ich es wirklich noch nie geschafft kommen wir versuchen das jetzt gleich noch mal hier kommt gerade nichts glaube ich fahren wieder 10 12 km h okay es war es war schon ein bisschen oben aber nicht so krass wie vorher okay es war schon es war schon wieder ein bisschen besser höher es ist eigentlich ganz nice aber hier ist es ist einfach ich kann ja einfach nicht in ruhe das üben das ist halt das problem da wir müssen wir müssen wirklich wieder weiter suchen und noch mal woanders hingehen wo ich dann auch wirklich richtig gut für euch filmen kann das ist aber auf jeden fall nice wenn wir jetzt irgendwie mal ein spot finden weil ich habe gerade richtig bock willis zu üben alter naja ich würde sagen wir sehen uns wenn wir wenn ich am nächsten spot schlecht angekommen bin freunde die vorschule ist weg ja endlich platz für mich gott sei dank ich ist auch keiner auf dem gütle also wir können jetzt erzählen was sie wollte aber was besseres als den spots hier gibt es halt wirklich einfach nicht sicher so meine tasche aus Ich fühle mich langsam echt verarscht ich fühle mich langsam wirklich komplett verarscht Junge was raucht die eigentlich das ist aber das riet aber ein bisschen ein bisschen verdächtig muss ich sagen so hinterrad das war ja schlecht erst mal fast den acker fahren okay es war schon war schon besser na digga das war schon wieder komplett lost also jetzt noch mal 12 km h Fuß auf die händereinbremse Fuß auf die händereinbremse ja das war auch schon wieder schlecht ja das war schlecht oh oh 12 km h fahren ja aber es ist trotzdem ich krieg's nicht höher irgendwie ich habe mir nämlich mal ein video dafür angeguckt von niklas luft das habe ich mir sogar extra runtergeladen props gehen raus an der stelle das eigentlich gut erklärt du musst halt bisschen so reingehen und dann rausziehen aber es war schon wieder nichts er hat auch gesagt dass man halt nur eine mit zwei fingern oder so kuppeln soll das ding ist ich kann das nicht weil mein ding hebel viel zu viel zu lang ist ich muss den glaube ich erstmal kürzen dass ich dann auch mehr finger am griff habe dass ich auch besser rein gehen kann und die maschine besser hoch ziehen kann es macht spaß man muss das einfach lernen ich finde einfach wie die es machen wenn man das richtig gut kann ist so geil wenn ihr vorschläge habt was ich besser machen kann schreibt es mir unbedingt in die kommentare dass ich mich auch verbessern kann ich habe mir gerade noch mal das video angeguckt von niklas luft habe mir noch mal ein paar tipps eingeholt könnt ihr außerdem auch wie gesagt gerne abchecken ich verlinke euch mal das tutorial in der video beschreibung ach komm jungs mädels ich glaube das war es für den ersten tag ich hole jetzt meine kamera wieder und dann fahren wir zurück so ich sitze jetzt wieder auf dem motorrad fahr jetzt wieder nach hause und dann war es das mit dem video ich hoffe euch hat das video natürlich trotzdem gefallen lasst gerne ein like lasst ein abo da folgt mir gerne auf instagram da gibt es auf jeden fall jede woche ein neues bild gibt es richtig nice bilde von mir und meinem motorrad könnt ihr auch natürlich gerne abchecken dass wir auch auf dem weg zu den 500 macht das gerne voll und ich würde sagen wir sehen uns dann die tage wieder wenn dann beim nächsten wheelie video oder beim anderen video ich habe mir nämlich auch noch handgarts bestellt die werden wir auch noch montieren dazu mache ich wahrscheinlich auch ein video und jetzt wünsche euch noch einen traumhaften tag haut rein und ciao 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 po po po